So, da geht es jetzt zum Taubefüttern. Ja, wul, 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 wul. Ja, wul, wul, ihr könnt ruhig runterkommen. Ja, prima. Ja, prima. Da gibt es frisches Futter. Und Wasser gibt es gleich auch noch. Ja, na kommt man runter, ihr Süßen. Jetzt trotzdem noch kein Zwei. Alles klar, fein. Wenn ich jetzt rausgehe, kann ich dann was fressen. Zeige ich mich mal da an, gell? Guck, ihr lieben Täublein, seid ihr vielleicht Friedenstauben? Das wäre was, oder? Wenn der Krieg aufhören wird, den die Russen mit den Ukrainern gerade treiben, sozusagen. So Unglaublichkeiten. Aber vielleicht habt ihr eine Friedensbotschaft, ha? Das wäre doch toll. Guten Morgen. Zwei Eierwelle. Zwei. Ja, toll. Du musst mal nachzoomen. Wunderschön. Hat die einen Namen? Nein. Schön. Tut du schön brüten. Wir lassen dich jetzt auch in Ruhe. Ja, ja, ja. Toll. Ja, das habt ihr toll gemacht. Jetzt kriegt ihr bald Nachwuchs in der Gruppe. Na toll. Dann seid ihr jetzt zehn und zwei Eier, dann wärt ihr zwölf. Und zwölf ist doch eine Rube. Ja, da hat noch eine, da hat doch eine da oben. Die hat noch mal Eier. Hat auch Eier drin? Ja, ja. Und kümmert euch gut um die Nachwuchskinder dann. Tschüss. Wunderbar. Schönes Wochenende. Und bis bald. Gell? An alle dort raus in die Welt. Frieden für alle. So Gott will. Macht's gut. Und tschüss. Eier Mln aus der Palz. Und bis bald. Süge. Wunderbar. FahrTOR. one mal und hohe und hohe орм und huhe vor Vielen Dank.